Ja, schönen guten Tag. Heute mal nicht morgen, weil es ist schon 12.31 Uhr und ich muss hier mal ein bisschen auf die Straße achten. Ja, der Kurt, dem ging es gestern nicht gut, der hatte so Ohrprobleme, so dumpfe Ohren und so weiter. Jetzt ist der heute zum Glück mal zum Arzt gegangen und ist aber kein Hörsturz. Alles gut. Erstmal, ich bin gespannt, was er gleich erzählt, weil ich hatte schon Angst, dass er gesundheitlich angeschlagen ist und dass es ihm schlecht geht. Das wäre ganz schlimm für ihn. Hörsturz hatte ich auch vor zwei, drei Wochen mal einen. Ich bin auch direkt zum Arzt gegangen, aber schön ist das nicht. Vor allen Dingen, wenn man sein Studio da machen muss. Ja, aber Gesundheit geht vor und der Arzt hat wohl gesagt, dass es kein Hörsturz ist und da bin ich froh. Ja, dementsprechend haben wir gestern zwei Songs gemacht, also den ersten von vorgestern haben wir noch fertig gemacht. Mega, mega geil. Also ich kann das gar nicht sagen, wie geil. Einfach geil. Ihr werdet das ja irgendwann hören. Den zweiten Song auch fertig gemacht gestern. Richtig schön, auch richtig schön. Also meine Demo-Versionen sind echt tausendprozentig überholt und haben sich richtig weiterentwickelt. Es ist richtig erwachsen geworden. Es ist richtig groß geworden durch die Einflüsse von Kurt. Mega cool, dass Kurt die Gitarre einspielt, weil das ist eine Ehre für mich, dass Kurt Ebelhäuser von Blackmail und von Scumbucket und so viele geile Platten gemacht hier in dem Studio meine Musik einspielt. Danke dafür und ihr werdet das ja hören. Ich bin ja nicht umsonst hier in dem Studio, sondern gerade deshalb, weil ich den Sound vom Kurt oder von dem Tonstudio 45 einfach immer schon gefeiert habe. Für mich ist es einer der geilsten Sounds, die da rauskommen, die ich kenne. Und jetzt ist meine Musik auch Teil davon und wird ein Teil davon und jeden Tag mehr. Und das macht mich richtig stolz. Mehr kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, heute ist Donnerstag, habe ich gestern gar nicht gesagt. Das müsste dann jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, nee nochmal, Entschuldigung, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, sind fünf Tage. Mittwoch, Donnerstag, siebter Tag, Entschuldigung. Genau, morgen bin ich eine Woche hier und wir sind super in der Zeit, dass das alles wahrscheinlich wirklich gut läuft und seinen Lauf nimmt, sodass wir alle nachher happy sind. Bis bald. Tschüss.